Wir bedanken uns bei unseren Freunden, die Lombardierer Hexen aus Pforzheim, für die Nominierung zum Fastnet-Kalt-Chillen. Da auch wir keine Warnduscher sind, zeigen wir euch gleich. Draußen hat es drei Grad. Das Wasser hat, ich würde nicht reingehen, also arschkalt. Da wir unser Hees heute Abend wieder brauchen, haben wir uns was anderes überlegt. Sie selbst. Eins. Eins. Zwei. 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 Und ab geht's! Mit kaldem Wasser! Oh Gott! Oh mein Gott! Jawoll! 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 Wir nominieren für diese Aktion euer Hexen Stutensee, Froschhexe Krohbach und zu guter Letzt Koberkhexene. Ihr habt jetzt acht Tage Zeit, diese Aktion zu wiederholen. Ansonsten müsst ihr spenden, so wie es in der Regel steht. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende, eure Schlampe. Ein reiferes Rohr! Schlampe! 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 Danke! Bitte! Ahoi! Ahoi! Schatt als Maul!